Wie bügelt man das Corona-Versagen der Bundesregierung aus? Das ist so das generelle Thema des heutigen Plenartags gewesen. Es ging immer wieder um Randbereiche dessen, was mit der Covid-19-Pandemie-Politik zu tun hat. Und ich sage bewusst mit der Pandemie-Politik, weil nicht die Pandemie, die Krankheit selber, daran schuld ist, sondern das, wie die Bundesregierung die Letzte, wie auch diese, auf diese Situation reagiert hat. Wir erinnern uns, als Covid-19 im Endeffekt aufkam, da wurden weitgehend Schließungen, Lockdowns verordnet. Und danach wurde ja die Wirtschaft nie mehr frei laufen gelassen. Es gab 3G, 2G oder Schließungsanordnungen. Und diese haben natürlich der Wirtschaft sehr, sehr schwer geschadet. Gerade in der Gastronomie und Hotellerie, gerade aber auch im Schaustellergewerbe und auch im Einzelhandel haben es die Menschen, wie auch in der Unterhaltungsbranche, sehr, sehr deutlich gemerkt, dass diese Politik ihnen das Arbeiten verboten hat. Und im Ergebnis hat man dann die ganze Zeit versucht, als Regierung irgendwelche Sozialtöpfe zu gründen. Unter anderem das Kurzarbeitergeld zur Verfügung zu stellen, auch bei Kurzarbeit Null, bei den Menschen, die von dieser Covid-19-Pandemie-Politik eben betroffen waren, weil sie nicht mehr arbeiten durften. Und jetzt wurde entschieden, dass das um ein paar Monate verlängert wird. 24 Monate war bislang die Laufzeit, jetzt sind wir schon bei 28. Das zeigt, diese Regierung hat eigentlich gar nicht vor, diese Covid-19-Pandemie-Politik einzustellen, sondern sie bereitet sich ganz im Gegenteil darauf vor, dass im Wesentlichen immer weiter Steuergeld in diese blödsinnige Politik fließen, weil eben sozial aufgefangen wird, was man den Leuten verbietet zu tun. Statt dass die Leute arbeiten dürfen, kriegen sie Almosen. Und das ist das Gegenteil dessen, was wir als AfD vertreten. Wir wollen, dass die Menschen einfach arbeiten können. Wir wollen, dass die Wirtschaft arbeiten kann. Wir wollen die Freiheit und deswegen wollen wir solche Notmaßnahmen nicht. Wir wollen diese Notmaßnahmen aufheben, weil dann sich die Wirtschaft tatsächlich erholen kann. Und das ist auch übrigens höchste Zeit. Viele, viele Geschäfte sind bereits insolvent. Viele Unternehmer konnten nicht mehr mithalten, weil ihre kompletten Eigenkapitaleinlagen aufgefressen worden sind, weil sie sich verschuldet haben, weil der Notgroschen weg ist. Und weil der Notgroschen weg ist, sind sie im Wesentlichen auf der einen Seite ihres kompletten Vermögens beraubt und auf der anderen Seite auch einer Grundlage für Investitionen für die Zukunft. Diese Corona-Politik hat unserer Wirtschaft sehr, sehr, sehr schwer geschadet. Wie übrigens auch die Energiepolitik der Bundesregierung unserer Wirtschaft noch obendrauf schadet. Unsere Regierung verantwortet es, dass Preise für Heizöl, für Erdgas, für Sprit, aber auch für Strom komplett durch die Decke gehen. Und wir wissen, dass genau bei diesen Produkten der Steueranteil riesengroß ist. Es geht eben nicht nur um die Rohstoffpreiserhöhung, die ja auch eine Rolle spielt, etwa bei Erdgas. Aber es geht vor allem darum, dass die Bundesregierung on top immer noch Mineralölsteuern kassiert, CO2-Abgaben kassiert, EEG-Umlagen kassiert und auf den Gesamtpreis oben auch noch die Mehrwertsteuer drauf klatscht. Und ganz ehrlich, das ergibt dann einen Kuchen, von dem ein erheblicher Teil einfach nur an den Staat geht. Und wenn man von einem Liter Sprit 70 Cent oder sowas an Steuern und Abgaben an den Staat zahlt, dann ist etwas nicht mehr in Ordnung. Und wir sehen doch an dem Unterschied der Spritpreise an der Zapfsäule zwischen Polen und Deutschland beispielsweise, wie es eben auch gehen kann. Polen importiert genau das gleiche Heizöl. Das ist nicht wirklich weit von Frankfurt oder weg. Und trotzdem ist dort das Sprit um 60 Cent billiger als in Deutschland pro Liter wohlgemerkt. Und das ist natürlich reine Steuern- und Abgabenpolitik. Das ist eine politische Entscheidung, dass dort der Sprit finanzierbarer ist als bei uns. Und so haben wir die Forderung, dass wir endlich mit dieser Gängelungspolitik der deutschen Bürger und der deutschen Wirtschaft aufhören. Wir können uns keine weiteren Covid-Maßnahmen leisten. Wir brauchen den Freedom Day auch. Abgesehen davon, dass er wirklich notwendig ist, dass wir notwendigerweise zur Freiheit zurückkehren müssen, weil es eben auch keine Evidenz für diese ganzen Maßnahmen gibt und weil wir den Menschen und den Grundrechten eigentlich auch verpflichtet sind. Deswegen brauchen wir diesen Freiheitstag. Aber wir brauchen ihn auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Und wir brauchen jetzt ganz genauso ein Anti-Inflations-Paket und ein Paket, das die Steuern senkt. Denn nur so können wir verhindern, dass die Menschen immer weiter in Armut abrutschen, dass immer mehr Unternehmer ihre Geschäfte aufgeben müssen und nicht mehr wissen, wie sie eigentlich ihr Leben und ihr Unternehmertum finanzieren sollen. Wir brauchen jetzt eine Senkung der Energiepreise durch entsprechende Steuerentlastungen. Wir brauchen jetzt Einkommenssteuerentlastungen. Wir brauchen jetzt den Freedom Day und die Abschaffung jeglicher Covid-Maßnahmen. Und wir brauchen jetzt eine Rückkehr zu einem Gefüge, wo sich Arbeiten wieder lohnt, wo sich Freiheit wieder auszahlt und wo unsere Unternehmer wieder positiv in die Zukunft gucken können. Das ist alles nicht schwer. Es bedarf nur einer politischen Entscheidung. Und diese fordern wir ein.